Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal mit einem Spezial, sage ich jetzt mal. Mein Sohn, der spielt hier die Brawler, wie man hier schon sieht. Brawlster, hat er mich schon korrigiert. Auf jeden Fall, damit habe ich ja normalerweise nichts am Hut, aber er hat ganz viele Kisten gesammelt und es ist anscheinend gang und gäbe, dass es YouTuber gibt, die hier irgendwie Kisten öffnen und das wollte er auch mal machen und ja, das macht er heute. Also, heißt mein Sohn willkommen. Logok heißt er im Spiel. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute ein Brawlster-Video, aber das Mikrofon hat leider nicht aufgenommen, deswegen werden wir bei den Kisten öffnen. Jetzt hat Musik eingeladen und am Ende hat es auch richtig aufgenommen und wird auch richtig cool und spannend. Also, bleibt dran. Können da eigentlich auch andere richtige Brawler kommen? Ja, da können auch welche Brawler kommen. Und viel. Ja, du bist jetzt aufgeregt, dass du so viele Kisten aufmachen. Er spart nämlich schon seit Wochen. Ach ja, und übrigens, die Qualität ist so ein bisschen verwaschen, weil es ist schwierig, das zu aufentwickeln. Das hier mit OBS. Ah, aber der, 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 die, weißt du, oder? Ja, man kann... Er kommt jetzt mal endlich mal... Zwölf Juwelen! Das ist, glaube ich, ähm, das mehr an Juwelen kommt. Bäh! Jetzt soll mal hier ein epischer oder irgendwas kommen. Bist du mir ja morgen früh noch nicht, kann ich so gut aufmachen? Nicht so schnell? Bist du mir ja morgen früh noch nicht? Ja, mal. So, aufgehend. Nein. Grow! Hey, den kannst du upgraden, oder? Hakenverdoppler, was ist denn? Ja, Double Ice. Fang her. Dann, dann. Ich will eigentlich jetzt dann kämpfen, dann. Hakenverdoppler, auch benutzen. Das ist nicht so schnell. Ich kriege gar nichts mit, Justus. Wenn man da zuschaut, kriegt es dann auch nicht mit. Nein, nicht. Die hast du schon alle, oder? Ja, die Brawler habe ich. Was sind da, eigenes Tickets? Ja, da, mit kann man... Ups, hier ist ein... Was? Ah, gut. Da muss man die Tickets... Braucht man Tickets. Und umso mehr Tickets man setzt, Je mehr solche... Äh... Dissens... Hakenverdoppler, auch benutzen. Ah, gut. Ach, kommt jetzt mal endlich... Und wieder Juwelen hierher? Mit den Juwelen kannst du neue... Paula Crosister kaufen. Hakenverdoppler, auch benutzen. 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 Komm schon, einen kannst du noch upgraden? Ich kann ihn nicht. Den auch jetzt, schau. Guck ich kann nicht. Und das Gold bekommst du auch nur. Wie lange du jetzt gewartet hast, um die aufzumachen, ne? Können wir ja vielleicht nochmal eins machen. Vielleicht gefällt es ja ein paar Leuten. Ich weiß es ja nicht. Ja, falsch gedrückt. Er war denn zu schnell? Nein. Nein. Andere YouTuber machen das so schnell, dass sehe ich sogar ich nicht. Oh, wieder. Yeah. Aber jetzt könnte echt mal langsam ein Mindestmal normaler kommen. Aber die hast du schon alle, oder? Ja, ich habe schon alle seltenen. Das seltene. Hm. Komm schon. Ich. Hopp, hopp. Ja. Aber du hast ja noch so Special Kisten auch noch, oder? Ja. Ja. Da ist... Ich bin total aufgeregt. Kommt da hin. Kann dann nochmal kämen. Vielleicht bin ich mal ein Glücksbring. Warte mal. Die nächste Kiste mach ich mal auf, ja? Sagst du? Warte mal. Achtung. Der Cedes macht die Kiste auf. Und? Aufmachen. Ah. 19 Münzen. Powerpunkte für Daryl. Ah, Daryl ist cool. Tara. Wäre der Brawler schon gekommen, wenn er es einen geben würde? Bei Tara war es so... Ich bin kein Glücksbringer. Ich mach den jetzt mal mit der Nase auf. Das sieht man jetzt gar nicht. Aber ich kann es bestätigen. Er macht gerade mit der Nase auf. Achtung. Mal Nase. Nochmal mit der Nase. Mützen. Powerpunkte für Nita. Hört sich so ähnlich an wie Nase. Ein Colt. Der Nasen Colt. Oh, hat auch nichts geholfen. Aber ich kann da nochmal kämpfen. 22 Gold waren da da. Ich kann da noch kämpfen. Sein... Oh man. Bitt ich dann. So vieler. So vieler. Bünzen. 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 36, ja? Ja, und ich habe 1000 Gold, das ist richtig viel. Da kann ich richtig viele Brawler holen. Ich will meinen Crow aufbauen. Hm? Ach Gott. Dann, weil die... Da habe ich mal Genie raus. Eigentlich wäre... Wie heißt die eine, wo die anderen dir alle gewünscht haben? Piper. Ja, epischer. Aber wenn Piper drin wäre, das wäre nicht schlecht, oder? Ja. Eigentlich ist mir egal welcher Brawler drin ist. Weil ich freue mich über jeden Ding, den ich im Moment nur noch ziehen kann. Ja, das... Aber das könnte vielleicht auch sein, dass du die Chance hast, äh, dass da schon Chancen drin waren. Irgendjemand, den du schon hattest. Deswegen bekommst du jetzt nicht so. Ich weiß ja nicht, wie ich berechnet würde. Aber da stand gerade irgendwas. Was war da gestanden? Ach, Upgrade. Boah, schon mal hin, ey. Wir machen jetzt schon seit über 10 Minuten, machen wir jetzt schon Kisten auf. Echt? Ja, aber ich schneide ja noch ein bisschen was aus. Am Anfang? Vielleicht noch nicht. Aber auf jeden Fall 10 Minuten. Das Video auf jeden Fall. Gut. Ah. Komm jetzt. Ja, auf geht's, Spiel. Verarsch uns nicht. Bei 50 Kisten muss doch mal ein Brawler drin sein. Ja, ich habe locker davor noch schon 50 Kisten. Mein letzter Brawler, den ich bekommen habe, war Rosa. Aber den habe ich auch gekauft. Den letzten Brawler, den ich gezogen habe, war Tara. Und das ist dann richtig. Deswegen habe ich mir eigentlich berechnet, dass da ein Brawler drin ist. Aber wie das halt nun mal mit RNG, also mit Zufall ist, kann es auch 1000 Kisten aufmachen und da ist nicht beides drin. Und es gibt bestimmt auch manche, die drei Kisten hintereinander aufmachen und da ist jeweils der seltenste Brawler drin, den es überhaupt gibt. Einfach zu. Ja, ähm, da gibt es so einen Hack, aber den will ich nicht machen. Oh, 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 oh. Davon, ihr habt nichts gehört. Davon reden wir hier gar nicht. Den will ich nicht machen. Einer meiner Freunde gemacht. Boah. Das hat auch gekauft. Ja, aber nicht, dass er da mal erwischt wird, dann wird ihm der Account... Hakenverdoppler war. Ja, schon wieder das Hakenverdoppler. 50! Frank hat 50 Gold, glaube ich. Boah, du hast jetzt 1500 Gold schon. Oh mein Gott. Ah! Ah! Komm schon! Das ist Spike! Komm schon! Das ist ein legendärer Rapport! Alter! Jawoll! Ich hab Spike gezogen! Ich hab Spike gezogen! Alter! Spike! Oh yeah! Das war die letzte... Nein, das war nicht die letzte Kiste. Das ist noch, ähm, hier nochmal eine Kiste. Ich hab Spike gezogen. Das reicht... Jawoll! Das reicht mir eigentlich schon für's... Das reicht mir schon für's... Ähm, Video. Nochmal die 50. Ganz einfach. Oh mein Gott. Jawoll! Und, machen wir noch die anderen Kisten auf? Ja. 50 Gold schon wieder. Ach, das sind die großen. Die geben mehr Gold. Ja, die geben richtig. Alter, geil! Den hast du mir schon mal gezeigt? Spike ist ein legendärer Rapport. Jawoll! Wenigstens einer. Sehr geil, sehr geil. Da freu ich mich für dich, hä? Ja! Pam! 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 Das ist ein epischer... Alter! Schon wieder neuer Broner! Oh mein Gott! 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 Das ist mein Lieblings Brawler, glaube ich von den E. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ähm, Bibi mehr mag als Pam, weil Bibi ist. Aber Pam ist halt Fernkämpfer und Heilerin. Spike Power Punkte. Den kannst du gleich aufmotzen! Den kannst du gleich aufmotzen! Ja, den auch! Nein, Pam noch nicht! Doch! Pam auch! Okay, die sind noch ganz am Anfang, oder? Ja! Aber trotzdem, das ist... High Brawler! Yeah! Check it out! Du hattest doch da oben noch irgendwo Kisten, oder? Ja, die habe ich schon. Ach, die hast du schon. Jetzt sagen wir mal, willst du mal upgraden können alles? Erstmal, erstmal... Ich will, ich will Crow auf jeden Fall upgraden. Ding, oder? Hier geht jetzt. Ja! Was mit deinem Geld? Ja, ich will... Wo soll man sich? Oh, das war ja richtig, richtig erfolgreich war das jetzt! Ja! Da freue ich mich tatsächlich schon auf die Nächsten, die du zusammen sparst! Ja! Mit dem Spiel kann ich vielleicht nicht so wirklich was anfangen, aber hier die Kisten öffnen mit dir, das hat jetzt echt Spaß gemacht! Und ich hoffe, Leute, es hat euch auch Spaß gemacht! Ähm... Ihr könnt ja, könnt ja, äh, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, oder wie sagen die immer alle? Wie sag mal, hier ist das was? Den Kanal abonnieren und die Glocke ab! Genau! Hahaha! Aber so viel kommt bei mir, äh, äh, teilweise nicht mehr auf YouTube, aber das wird sich vielleicht irgendwann mal wieder ändern! Ja! Ja! Ja, gut! Also, dann würde ich mal sagen, jetzt sind wir fertig! Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht! Ja! Mir auch! Hahaha! Also, ciao! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!